Hallo und herzlich willkommen bei Sportloop. Mein Name ist Dominik und ich erkläre dir die grundlegenden Unterschiede zwischen einem normalen Abonnement und einem Flex-Abonement. Das normale Abo ist die beste Option für dich, wenn du regelmässig eine Woche Lektion besuchst. Also, wenn du zum Beispiel jede Woche in die Zistags-Lektion am 7. Mai zurückgehst. Das Praktische beim normalen Abonnement ist jetzt, dass alle deine Abo-Termine mit dem Abschluss des Abo für dich gebuchet werden. Alle diese Termine kannst du natürlich nachträglich verschieben, falls dir mal etwas dazwischen kommen sollte. Grundsätzlich hast du aber nach der Abo-Buchung eigentlich nichts mehr damit zu tun und du wirst rechtzeitig von uns benachrichtigt, bevor dein Abo abläuft und du es verlängern solltest. Beim Flex-Abo funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Diese Abo-Option ist perfekt für dich, wenn du jede Woche eine andere Lektion oder generell unregelmässig die Lektionen besuchst. Das Flex-Abo kannst du dir wie ein Gutschein-Paket mit Einzeleintritten vorstellen. Jeder von diesen Einzeleintritten muss aber separat eingelöst werden das heisst, du musst jede Lektion, die du besuchen möchtest, nach dem Abo-Kauf separat noch buchen. Wenn du also zum Beispiel unregelmässig schaffst oder viele andere Sachen um die Ohren hast, dann bietet dir die Abo-Option die volle Flexibilität.